Heißt ja nicht, dass ich sie nicht losanfülle? Jo, der Weg aus Bounty ist online. Ich hätte jetzt auch gern Bounty-Team. Wo ich eigentlich nicht so der Bounty-Fan bin, wegen der Geschmacksrichtung, aber... Naja... So... Dann mache ich da eine Treppe... Geht's hier weiter und hier kommt dann der Steg hin. Sehr schön. Dann wird hier unten langsam alles mit Leben erfüllt. Na, da oben lasse ich das alles noch, aber hier, das kommt weg. Das wird alles geändert. Führen wir kurz mal ein paar Steine. So... Sechs Steine. Komm her! Das heißt fast, wenn die Treppen runtergerollt werden, die Steine. Au! Schneller! So... Haben wir nochmal fünf? Da... 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 So... Sieht's am Aus Winter. Die Hälfte des Bodens sind die Hälfte des Bodens. Das kann ich später noch komplett zu anderem Boden machen, aber im Moment Das kann ich noch komplett zu anderen Boden machen, aber im Moment... ... hätte ich gern lieber einen einheitlichen Boden. hier doch viel gemütlicher für den keller aus naja das mal später als weg zwischen hier unten ist ja damit das bei fertig ich würde ja mit dem pferd hin reiten und mit dem pferd holen und dann mit den anderen pferd wieder herreiten aber es ist ja schlecht außer das fertige werden wir machen auch wenn es euch vielleicht ein bisschen nervt oder eher gott selbst wo ich das hier geht es einfach mal das hier rein wir gehen noch mal los und holen uns noch mal ein pferd jetzt nein wieso schon wieder nur weil ich nur eins möchte so das kann weg was ist los ich hasse das neue mit dem minecraft tut mir leid ja ist doch schön nein wieso denn alter wer das so gemacht hat der gehört geschlagen ganz ehrlich steckt geschlagen natürlich ich hoffe das nehmen sie wieder raus ich habe ja jetzt schon 1.6.2 das ist immer noch nicht gepackt fix wurden sollten sie wollten ja die fehler back fix also sehen sie das gar nicht als fehler an also ganz ehrlich das gibt es so auf dem peter so war mal kohle haben nahrung haben wo ich den bogen die man aber gerne reparieren möchte bevor der kaputt geht da haben wir noch ein wie viel kostet denn die reparatur was 16 level na komm gebe ich sein aus satte brauchst noch und satte brauchst noch ohne satte lässt sich das pferd nicht zählen also nicht reiten ja dann machen wir mal los ich habe noch eine idee uns die arbeit ein bisschen zu erleichtern weil das war ja doch schon ganz schön heftiger weg beim letzten mal gut viele habe ich jetzt auch nicht aber besser hin als besser her hier nehme ich es aber nicht nehme ich das rüber im owald da kann ich durch den owald durchschauen wir können aber in die richtung rennen da oder haben wir schon mal in die richtung ich weiß es gar nicht ich habe was für die koordinaten warte mal f3 1300 und 600 1300 und 600 ok so dann machen wir uns auf den weg die koordinaten habe ich in 5 minuten vergessen 1300 und 600 na dann machen wir uns auf den weg mal schauen was wir finden es so schön ist und ob er mit 30 erreichen ist auf dem weg dahin oh ein pilz das ist aber stehen bam fliegt kleine perle juhu ein wolf und ich habe keine knurren das gibt es nicht was noch einer was ist denn das ich will jetzt Knochen haben hier sind würfel ich die Knochen 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 Nocen wir glaube ich noch bis tagesende das geht ja noch GORDON kind chir ciud gegessen und nichts von der neuen du bist es wenn ich jetzt die steuer gehört ich verstehe immer noch nicht warum von schafen kein essen gleich mein schafsfleisch ist es vielleicht nicht unbedingt das wertvollste aber ist doch essbar man kriegt man von schafen kein essen alter schwede was das hier das sind level auf jeden fall ich habe mich schon gefragt ob ich die nattern mitnehmen nein ich kann mich nicht verleiten kostbare level sind wir schon wieder auf level 12 und dass man damit reizen sehr schön ich habe noch was spannendes für unser level wir müssen ja gerade warten bis es nacht wird deswegen kann man mal kurz hier ein paar level abernten in form von kohle und kohle kann man immer gebrauchen und wenn wir halt zu viel kohle haben dann bremer salze blöcke ich weiß gar nicht immer blöcke in den ofen werfen so wie sie sind hatte ich glaube ich schon mal gefragt das wäre auch interessant dass ich aus ich muss das spitzverkehr auf was sich das kaputt machen so eine spitzverkehr lässt sich sehr schwer reparieren dann ist das extrem teuer ich nehme auch noch mitkommen so das gehen wir wieder raus hier ich würde die filtern muss ja kühlen aber es bringt uns eh nichts und solange filtern muss ich keine vampire werden habe ich nichts gegen die hier ist auch nichts komm ich überhaupt wieder leben raus reinkommen ist einfach rauskommen sehr schön wo sind die rundies die rundies die rundies sind weg wo ist denn überhaupt wo warte mal wenn ich in die richtung wenn wir nicht in die richtung von da drüben kam ich da bin ich hier lang alter alter boah zwei skelette sind so nervig uah so ne oh was war das jetzt aber wundert mich schon ein bisschen wo die ganzen ein kleiner wo 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 Nääieren! Es wird schnell ab 18 Stirb! Stirb! Ich hasse die Creeper von hinten. Ich mein, wer mag Creeper von hinten, aber... Ich hasse die Creeper von hinten. Scheiß auf die Windies. Ich will hier weg. Aua Ich bin gefangen Knochen Piss dich Meins Vorbiss dich, vorbiss dich Ok gut